Der Markenkonstrukt-Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Zum Thema digitale Transformation. Im Gespräch über digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Norman von Markenkonstrukt.fm. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute mit einer Soloshow. Ich möchte dir ein cooles Tool vorstellen, das wir selbst bei uns im Einsatz haben, um unsere Projekte, kleine wie große Projekte, zu managen. Vor allen Dingen im Team zu managen und natürlich produktiv zu arbeiten, egal an welchem Standort wir uns gerade befinden oder wo wir arbeiten wollen oder mit welchem Endgerät wir letztendlich die Projekte umsetzen. Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Auswahl eines solchen Tools war bei uns das Thema Zusammenarbeit mit externen Kollegen, mit externen Partnern, Freelancern, aber eben auch Kunden. Und genau hier sollte die Software so simpel, so einfach funktionieren, dass wir ohne großen Schulungsaufwand dieses Tool, dieses Organisationstool einsetzen könnten. Wir haben natürlich selber das ein oder andere ausprobiert sind über Basecamp, Wrike, was gibt es noch alles. Also wir haben die unterschiedlichsten Softwareprogramme probiert, wir haben, wie du weißt, auch Evernote im Einsatz. Wir haben uns Beatrix angeschaut, wir haben uns Active Collab angeschaut. Also es gibt ja unzählige Online-Lösungen im Markt, um wirklich produktiv miteinander zu arbeiten. Was am Ende nicht so wirklich überzeugt hat, waren entweder wurden mobile Endgeräte, also iPhone oder Android oder Tablets nicht wirklich gut unterstützt oder hier fehlten wirklich wesentliche Funktionen, um mobil zu arbeiten und nicht unbedingt abhängig vom Laptop zu sein. Oder die Weiterentwicklung der Tools hat dann irgendwie dazu geführt, dass sie zu komplex wurden. Und das ist eigentlich auch ein ganz wesentlicher Punkt bei der Auswahl von einem Produktivitätstool. Verzichte einfach auf Funktionen, beziehungsweise schau, dass wirklich die wesentlichen Funktionen dabei sind, aber dieses Tool wird niemals alles können und dieses Tool wird es niemals geben, was wirklich alles abbildet, deinen ganzen Prozess in einem Unternehmen. Dafür sind die Unternehmen viel zu individuell. Und das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den wir auch immer wieder erleben, wenn wir in Unternehmen wirklich Prozesse beraten, dann fällt die Auswahl auf ein solches Tool natürlich immer schwer, denn man muss sich einfach von diesem Gedanken verabschieden, dass man einen Produktivitätsprozess etabliert und die Software findet im Markt, die für dein Unternehmen funktioniert. Das ist fast ausgeschlossen. Also dann entwickelt man es am Ende selbst, also programmiert es selbst, aber es gibt nichts, was wirklich für jedes Unternehmen passt. Deshalb, und jetzt kommt der Name endlich des Tools, haben wir uns letztendlich für Asana entschieden. Und ich will dir heute kurz erzählen in dieser Soloshow, warum wir letztendlich Asana den Vorzug gegeben haben und was uns letztendlich an diesem Tool wirklich in unserer täglichen Arbeit begeistert. Asana funktioniert im Browser, ist natürlich webbasiert, aber auch auf allen verfügbaren Endgeräten, also iPhone, Android, Tablet, völlig egal, funktioniert überall und ist so aufgebaut. Und das war eben auch ein ganz besonderer und wichtiger Punkt für uns, dass wir quasi die Projekte so organisieren können, dass wir sagen, wir haben Kunde A, B und C und innerhalb des Kunden A habe ich, keine Ahnung, 10, 15 Projekte und innerhalb dieser Projekte habe ich in jedem einzelnen Projekt entsprechende Aufgaben und in diesen Aufgaben die Möglichkeit, Teilaufgaben zu setzen. Das sage ich deshalb so eindringlich, weil das hat nicht wirklich jede Software. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Produktivitätstools, die so im Internet rumfliegen, so die Idee haben, dass ich zum Beispiel eine Marketingabteilung mit so einem Tool ausstatte und da bin ich in einer Firma und dann habe ich verschiedene Projekte auf einer Ebene und dann kann ich diese Ebene benutzen, um diese Projekte dann zu strukturieren. Wenn ich aber eine Agentur habe oder eine Unternehmensberatung wie wir, dann habe ich einfach mehrere Kunden und dann habe ich eben nicht nur die Betreuung eines Content-Management-Prozesses einmal, sondern dann habe ich das vielleicht fünfmal, weil ich fünf Kunden habe, die das gleiche Thema haben. Also das war uns ganz besonders wichtig. In Asana nennt sich das Teams, das heißt, ich lege ein Team an, das heißt, fünf meiner Mitarbeiter arbeiten dann auf Kunde A und andere fünf, oder es gibt natürlich Überschneidungen auch hin und wieder, die anderen fünf arbeiten auf Kunden B, die nächsten fünf auf Kunden C und so weiter. Und innerhalb dieser Teams, die wir dann als Kunden benannt haben, kann ich dann die Projekte ablegen. Dann kann ich dann zum Beispiel sagen, Kunde A, Thema Content-Marketing, Unternehmensstrategie, was gibt es noch, Internet-Auftritt und so weiter. Dann folgen die ganzen einzelnen Projekte. Interessant ist dann, wenn ich in das Team reingehe, also in den Kunden A hineingehe, dann habe ich natürlich dort meine ganzen gelisteten Projekte, die ich angelegt habe. Ich habe eine wirklich gute rechte Rollenverwaltung. Ich kann also sagen, ich lade diese fünf Leute in meinen Team Kunde A ein und kann dann entscheiden, ob die jeweilig einzelnen Projekte dann für das gesamte Team sichtbar sind oder ausgeblendet sind oder auf Anfrage die Teammitglieder dann da beitreten können. Das ist wirklich eine super, super Geschichte. Mit extern funktioniert das Ganze auch sehr gut. Das heißt, ich kann entscheiden, will ich die externen schon auf der Team-Ebene draufschauen lassen. Das heißt, die können dann den Kunden mit allen Projekten sehen oder die Projekte, die freigeschaltet werden. Ich kann dem Externen sagen, er ist nur auf ein Projekt freigeschaltet oder, und jetzt gehen wir auf die Aufgabenebene, ich kann dem Externen sagen, er kann nur die Aufgabe oder nur die Teilaufgabe sehen. Also ich kann das wirklich so granulieren, so einstellen, dass der Externe wirklich nur das zu sehen bekommt, was er sehen darf oder was er sehen soll. Also das war wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Und meiner Erfahrung nach, du brauchst keine Schulung. Jeder, den ich dort einloggen konnte, und das waren keine Digital Natives, die konnten sofort mit dem Tool arbeiten. Also das war wirklich großartig. Es war keine Einarbeitungszeit notwendig. Das war wirklich super. Okay, weiter geht's. Wir sind also im Kunden-A. Ich habe dort mein Team definiert, habe dort meine Projekte definiert, habe auch innerhalb der Projekte definiert, wer dort reinschauen kann. Und dann kann ich quasi in die Projekte reingehen und dort meine Aufgaben anlegen. Ich habe die Möglichkeit der Team-Konversation entweder auf der Kundenebene, dann erreiche ich wirklich alle, die den Kunden sehen können, unabhängig in welchem Projekt sie gelockt sind. Oder ich kann eine Team-Konversation innerhalb eines Projektes machen, was natürlich sehr charmant ist, weil ich damit nicht alle Team-Mitglieder belästigen muss, sondern nur die, die auf dem Projekt gelockt sind. Ich benutze übrigens Asana so, dass ich keine E-Mails aus dem System bekomme, sondern ich wirklich jeden Tag dort reinschaue. Ich habe dort meine Inbox und in dieser Inbox kommen dann die ganzen Korrespondenzen, also irgendwelche Posts oder irgendwelche Kommentare zu irgendwelchen Themen. Die kommen dort an. Ich arbeite die dann ab, archiviere die dann. Also das ist quasi das Ablegen, wenn das abgearbeitet ist. Ich erstelle mir dann nicht jedes Mal ein To-Do und so halte ich wirklich mein E-Mail-Postfach clean und muss dann nicht irgendwie das alles doppelt abfragen. Ich arbeite auch so, dass ich, also neben dem My-Inbox-Bereich gibt es noch einen My-Task-Bereich, wo ich dann meine Aufgaben ablegen kann. Ich kann die entweder direkt in die Kunden oder Projekte ablegen oder ich, das mache ich immer so auf die Schnelle, wenn ich unterwegs bin auf dem iPhone, trage ich mir einfach eine To-Do ein, die ich nicht vergessen darf, weise mir dieselbe zu, gebe mir eine Deadline oder auch nicht und dann landet das alles unter diesen My-Task-Bereich. Und ich kann das dann später auch in die Projekte verschieben. Das geht in Asana wirklich super cool mit Drag & Drop. Also es ist wirklich eine richtig smarte Anwendung. Ein echtes Killer-Feature ist die Suche. Also man findet dort wirklich sehr schnell alles, also auch Dateien, die man hochgeladen hat, zum Beispiel PDFs und deren Inhalt, auch die werden durchsucht. Und was ich auch machen kann über die Suche, kann ich einen gewissen Filter setzen und mir die Suche speichern und kann dann mit meinem Workflow so anpassen, dass ich zum Beispiel sage, zeige mir die To-Dos an, die ich delegiert habe, die ich also einem Mitarbeiter oder einem Kollegen gegeben habe. Die sehe ich dann dort wirklich auch in einer Liste. Also auch super praktisch. Die Oberfläche von Asana ist auch echt designy. Das muss man wirklich sagen. Das macht echt Spaß und es hat so ein bisschen diesen Facebook-Charakter. Also eine Aufgabe oder Teilaufgabe ist sowas wie ein Post und die Leute können dann wirklich in den Kommentaren entweder ihren Text schreiben, also ihre Antwort schreiben oder auch Dateien hochladen. Hier werden, soweit ich weiß, auch alle Dateiformate unterstützt. Ich habe jetzt noch keinen Fall gehabt, wo irgendeine Sound-Datei oder Audio-Datei oder was auch immer nicht erkannt wurde. Das wird dort alles abgelegt. Ich kann mich selbst oder andere als Follower einer To-Do oder einer Teilaufgabe, also man unterscheidet ja Aufgabe und Teilaufgabe oder Aufgabe N, Teilaufgabe N. Eine To-Do oder eine Aufgabe kann natürlich verschiedene Teilaufgaben haben und ich kann hier wirklich die Follower setzen. Das heißt, wenn ich jetzt auf einer Aufgabe nicht gelockt bin, aber mich interessiert das Thema, auch wenn ich jetzt dazu nichts beizutragen habe, kann ich quasi die Korrespondenzen verfolgen und man kann mich da draufsetzen, wenn mir das wichtig ist oder mich entsprechend natürlich auch wieder abmelden. Also eine super coole Geschichte. Auch, das ist echt so ein bisschen nett gemacht, kann man Herzchen vergeben. Herzchen sind quasi die Likes, wenn irgendwas mir gefällt oder ich mit irgendwas einverstanden bin, dann vergebe ich immer die Herzchen und die Leute wissen dann, ohne dass ich was schreiben muss, okay, das ist jetzt freigegeben oder damit bin ich einverstanden oder das finde ich gut. Also das ist auch eine ganz nette Funktion. Es ist wirklich sehr übersichtlich gemacht. Ein sehr schönes Feature ist auch die Zeiterfassung. Wir benutzen Harvest, was eine andere App ist, die man hier aber integrieren kann, also den Account miteinander verbinden. Das ist auch sehr praktisch. So brauche ich nicht zwischen zwei Oberflächen hin- und herspringen, sondern kann das wirklich direkt in Asana machen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Das sind so die wesentlichen Funktionen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich kenne die vorhergehende Version von Asana, das war nicht so meins, aber diese Version ist wirklich, wirklich anschauenswert. Und wir setzen das ein und ich kann euch sagen, in wirklich kurzen Zeitabständen tolle Projekte rocken, also wirklich rocken. Das geht hier super schnell. Es ist eine kleine Eingewöhnungszeit, wie bei jeder anderen Software auch, aber dann könnt ihr wirklich super, super schnell mit eurem Team agieren und euch die Sachen austauschen. Also es macht vor allen Dingen auch echt Spaß. Das ist ja immer so ein ganz wichtiger Punkt in der Akzeptanzschaffung im Team. Macht die Software Spaß oder gefällt sie nur einem? Also vielleicht machen wir dazu mal eine eigene Podcast-Show, eine eigene Podcast-Folge, wie wir es schaffen können, im Team wirklich Akzeptanz für solche Tools herzustellen, weil entweder es benutzen alle oder es benutzt keiner. Also das muss klar sein. Und das haben wir wirklich hier gut im Team geschafft, dass wir wirklich alle das Tool gern benutzen. Davon gehe ich zumindest aus, aber ich frage nochmal nach. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich über Anregungen, Feedback. Bitte auch diesen Podcast bei iTunes bewerten. Egal, ob eine positive Bewertung oder eine negative Bewertung. Ich freue mich über jedes Feedback, um das wirklich hier für dich weiterzuentwickeln, um besser zu werden, um vielleicht auch Themen anzusprechen, die dich besonders interessieren. Also wirklich Feedback bei iTunes letztendlich natürlich auch auf unserer Website www.markenkonstrukt.de Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören, eine schöne Zeit und bis bald.